Es gibt erneut neue News zu Dragon Ball Sparking Zero. Gefühlt jeden Tag, ich wollte eigentlich wieder ein Anime-Video machen, ich wollte etwas zu Dragon Ball Super machen, aber ich muss Dragon Ball Sparking Zero Videos bringen, weil jeden Tag was Neues rauskommt. Es gibt neues Gameplay, es gibt ein Mode-Showcase, wo uns die Story gezeigt wird, sowie das Erstellen von der eigenen Story und uns wurde zum Local Battle was gezeigt, YouTuber konnten das Spiel anspielen, also es kam heute sehr viel raus und ich würde einfach sagen, legen wir los mit dem Video. Hier ist Vegeta, Prinz des Saiyajin. Ihr schaut also das Video und habt immer noch nicht den Kanal von Saiyan abonniert? Ich muss euch Schwächlinge wohl eigenhändig auslöschen. So, das erste worüber ich reden möchte ist das was uns von Bandai gezeigt wurde, der Trailer, ein neuer Game-Mode-Showcase und als erstes wurde uns dort die Story gezeigt. Es gibt eine Story, das habe ich auch im letzten Video erwähnt, wo du einen von 8 Charakteren auswählst, das heißt Episode Battle und dann spielst du deren Story sozusagen nach. Du wählst zum Beispiel Son Goku aus und spielst dann seine Story, das was er alles erlebt hat, von Dragon Ball Z hin bis zu Dragon Ball Super. Also kein GT, du wirst nicht die GT Story nachspielen. Ob das heißt, dass es auch keine GT Charaktere geben wird, das würde ich jetzt so nicht sagen. Es betrifft halt einfach die Story. Man hat uns auch schon ein paar Cutscenes gezeigt, wie es aussieht, beziehungsweise wie man zur Story gelangt. Also wie der Name schon sagt, es sind Episode Battles, es gibt verschiedene Episoden. Wir kennen nicht die anderen 7 Charaktere. Auf der Banner-Webseite stand, dass du die Rolle der Z-Kämpfer annimmst. Also ich denke mal Vegeta, Piccolo und so weiter. Und es wurde auch gesagt, dass Son Goku die meisten Episoden hat, ist ja auch klar. Innerhalb dieser Episode Battles wirst du, wie gesagt, die Story nachspielen. Es wird auch einige Momente geben, wo du dich anders entscheiden kannst, wo du zum Beispiel die Story verändern kannst. Wie wir es auch im Trailer gesehen haben bei Piccolo, wo Son Goku Piccolo nicht mitgenommen hat und Krillin stattdessen mitkam. Und Son Goku dann gegen den Osaru und den Super Saiyan gegangen ist. Und was es auch noch geben wird, ist, dass du die Perspektiven wechseln kannst. Du kannst die First-Person-Perspektive annehmen, also als wärst du Son Goku, als würdest du es wirklich aus seinen Augen sehen. Oder die normale Perspektive, wo du alles siehst. Das kannst du dir selbst aussuchen, teilweise. Was ich auch nochmal richtig krass finde, weil man muss bedenken, die haben diese Cutscenes fast zweimal gemacht. Einmal eben aus diesem Blickwinkel und einmal aus dem anderen Blickwinkel. Das ist fast doppelt so viel Arbeit. In dem Trailer wurde gesagt, dass das nun bestimmte Szenen betrifft. Die YouTuber, die die Story gespielt haben, meinten, das ging jederzeit. Aber ich denke mal, es betrifft halt einfach diese Episode. Was Bandai meinte ist, dass es halt nur in bestimmten Episoden verfügbar ist und anderen Episoden eben nicht. Der Story-Mode wird also schon sehr lang, wenn man bedenkt, Dragon Ball Z die ganze Story und Dragon Ball Super die ganze Story. Von Son Goku, von Piccolo, von Son Gohan, Vegeta. Also wird es ein langer Story-Mode, dass es keine GT-Story gibt, ist schon schade. Aber ich meine, dass die Story von Dragon Ball GT jetzt nicht unbedingt nicht der Punkt ist, der die meisten Fans hyped. Es geht wirklich um die Charaktere. Ich brauche Super Saiyan 4 Son Goku. Ich brauche Kid Goku. Wenn ich die bekomme, dann ist mir die Story von GT egal. Dragon Ball Z-Story und Dragon Ball Super Story, das reichen mir komplett aus. Keine Dragon Ball Classic Story ist auch schade. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zu Dragon Ball Daima eine Story bekommen. Und wenigstens haben wir dann dort Kid Goku. Auch wenn es natürlich nicht dasselbe ist. Ich kann diesen einen Schritt verstehen. Wie gesagt, Dragon Ball Z und Dragon Ball Super ist sehr, sehr lang. Wenn ihr es noch weitermachen würdet mit Dragon Ball GT, Dragon Ball Classic, das würden die, denke ich, zeitlich gar nicht hinbekommen. Dann wurde uns auch noch der neue Modus gezeigt. Der Modus, in dem man seine eigene Story erstellen kann. Custom Battles. Es gibt vorgegebene Battles vom Entwicklerteam von Spike Chunsoft. Also die kannst du nachspielen. Und dann kannst du deine eigene Story erstellen. Du kannst Charaktere auswählen. Du kannst eigene Cutscenes erstellen. Es gibt einen Maker sozusagen. Das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, Mario Maker. Ihr könnt einfach wie in Mario Maker euer eigenes Level erstellen. Eure eigenen Cutscenes, welche Pose sie machen, was sie in diesem Dialog sagen, ob sie sich jetzt aufladen. Also du kannst wirklich bestimmen, wie sieht es aus, wer kämpft gegen wen. Und du kannst sogar bestimmte Bedingungen auswählen. Zum Beispiel, wenn er 80% seines Lebens verliert, macht er auf einmal das. Dann powert er sich auf. Dann kommt eine Special Cutscene oder was auch immer. Und man sieht schon, wie viele Auswahlmöglichkeiten es gibt. Es sieht allein schon in diesem Trailer sehr viel aus, aber durch die YouTuber sieht man es noch mehr. Und die YouTuber meinten sogar, ich war dort, ich habe es gespielt, aber diese Auswahlmöglichkeiten waren endlos. Allein durch diesen Modus wird es unendlich viel Singleplayer-Content geben. Stellt euch nur die Möglichkeiten vor. Ich kann meine eigene Story erstellen. Ich kann einfach diese ganzen Videos, die ich mache, die ich mir vorstelle, wo ich eine neue Theorie entwickle oder so. Ich kann im Hintergrund Sparking Zero eine Cutscene erstellen und es dann im Hintergrund abspielen. Wie krass ist das? Aber wenn man sich auch zum Beispiel Spiele anguckt wie Mario Maker, wie kreativ die Fans sind, was sie für Level erschaffen, das übertrifft teilweise die Level von den eigenen Entwicklern. Mit so einem Creator hast du einen Modus, was wir so in keinem anderen Anime-Spiel hatten und wofür es sogar bei Mario ein extra eigenes Spiel gibt. Also das ist auf jeden Fall ein krasser Pluspunkt für Bandai Namco, für Spike Chunsoft, für das Spiel. Props gehen raus. Dieser Modus ist eine richtig geile Idee und ich freue mich einfach drauf, weil es so geil werden kann. Dragon Ball Sparking Zero wurde ohne Splitscreen geplant. Der Grund war, dass sie, und das sieht man auch im Gameplay, den Fokus auf das Visuelle gelegt haben. Dass man die Stages zerstören kann. Dass die Effekte richtig krass aussehen. Dass alles einfach so gut wie möglich aussieht und da hatten sie Probleme, dass mit der Leistung, mit der PS5, mit der Xbox und so weiter, dass sie diese Leistung transferieren auf Splitscreens. Dass man zum Beispiel diese Stage nimmt, die so zerstörbar ist, die so krasse Effekte hat und so weiter und es dann gleich zweimal geladen werden muss. Das hätte performance-technisch nicht funktioniert. Also haben sie das Spiel kreiert mit dem Gedanken, dass sie keinen lokalen Modus bringen. Aber weil die Fans so oft danach gefragt haben und es zeigt uns wieder, wie viel Macht wir als Fans haben. Wenn wir Bandai sagen, wir wollen das und das haben, dann hören sie drauf. Sie wollen das Spiel verkauft, da hören sie eben auf das, was die Fans wollen. Die Lösung, die sie jetzt gefunden haben, ist, dass sie den Raum von Geist und Zeit genommen haben. Eine Map, wo es eben nicht so viele Effekte gibt. Und diese Map kannst du im lokalen Modus spielen, gegen deinen Freund, gegen deinen Bruder, gegen deine Schwester, gegen deinen Vater oder deine Mutter, was auch immer. Und das wird eben jetzt vorerst die einzige Map sein. Ob es irgendwann in Zukunft noch weitere Maps geben wird, es sieht bisher nicht so aus und es sieht auch nicht so aus, dass sie daran arbeiten würden. Aber zumindest kann man das machen und man sieht auch schon ein bisschen, wie es aussieht. Man sieht hier ein bisschen Gameplay zwischen Goku Black und Son Goku. Also Hauptsache, man kann es spielen. Dann kommen wir auch zum Gameplay und es gibt jetzt unendlich viel Gameplay. Die YouTuber konnten, ich glaube, 40 Minuten lang spielen und konnten 50 Charaktere auswählen. Darunter Bergamo, Son Goku, Son Gohan, also so viele Charaktere, Gogeta, dies, das. Und es wurden sogar neue Charaktere bestätigt. Also zum einen der wachsende Super Saiyajin Son Gohan. Wir haben im letzten Trailer nur Super Saiyajin 2 Son Gohan gesehen. Aber auch Dr. Gero wurde uns jetzt gezeigt. Den kann man auch spielen. Man hat auch das Charakter-Select-Screen gesehen. Und ich muss sagen, es sieht jetzt nicht so cool aus. Das kann sich natürlich noch ändern. Vielleicht war das jetzt nur für diese Demo und in-game sieht es anders aus. Aber wenn man es vergleicht mit dem Select-Screen von Burukai Tenkaichi, dann muss ich schon sagen, dass dieser Select-Screen jetzt nicht so krass aussieht. Ansonsten kommen wir jetzt mal zum Gameplay. Und das Gameplay sieht so, so, so viel besser aus als noch vorher. Zum einen sehen die Models, die Effekte, das Shading, die Arenen. Das alles sieht irgendwie viel, viel besser aus, als es durch die ganzen Screenshots gewirkt hat. In-game mit Bewegung ist es nochmal viel schöner. Ich finde sogar, es sieht besser aus als in den Trailern. Rein visuell ist es definitiv das beste 3D-Drainball-Spiel, was wir bisher bekommen haben. Und wenn man sich so ein bisschen Gameplay anguckt, dann versteht man auch, wieso ein lokaler Split-Screen bei den anderen Maps nicht möglich ist. Es ist so gut wie alles zerstörbar. Wenn du dich transformierst oder dein Key auflädst, ändern sich die Animationen, beziehungsweise ändert sich das Wetter zum Beispiel. Also die gesamte Welt lebt richtig stark. Und auch was das Gameplay angeht, mein größter Kritikpunkt an dem, was wir letztes Mal gesehen haben, war, dass es sich nicht so brachial anfühlt. Dass, wenn man schlägt, der Impact irgendwie gefehlt hat, aber das wurde gefixt. Es fühlt sich jetzt viel besser an. Es sieht wirklich so aus, als wären die Schläge hart. Und wenn man sich das Gameplay anguckt, dann merkt man 100%, es ist ein Nachfolger von Budokai Tenkaichi. Die Basic-Gameplay-Elemente sind gleich. Die YouTuber meinten sogar, ich habe beim ersten Spiel direkt versucht, meine alten Tenkaichi-Kombos zu machen und vieles davon hat geklappt. Ich konnte diese Sachen nochmal machen. Jetzt sieht es halt natürlich nochmal ganz anders aus. Manche Dinge sind jetzt anders, aber die grundlegenden Dinge und Kombos, die sind wie in den alten Tenkaichi-Teilen, nur, dass es noch erweitert wurde. Also Globku, der YouTuber, meinte, ich konnte Dinge kombinieren, die ich vorher nicht kombinieren konnte. Also ich konnte zum Beispiel Schläge hitten und dann Keyblades machen und dann weiterschlagen. Und es war zum Beispiel in Budokai Tenkaichi nicht so, dass es dann als Kombo gezählt hat. Er hat gemeint, so gut wie alles, was ich versucht habe, hat geklappt. Das war seiner Meinung nach ein sehr schönes Gefühl. Und was man auch sieht, ist, dass die Kameraperspektive teilweise jetzt näher an den Charakteren ist. Das sieht man zum Beispiel bei der World Tournament Arena, dass es wie bei Budokai Tenkaichi und den Raging Blast-Teilen sehr nah am Charakter ist. Und das liegt halt daran, dass die Map kleiner ist. Und zu der Map kommen wir jetzt auch. Die World Tournament Stage ist klein, aber das ändert sich, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Superattacke macht. Denn dann kommt der Moderator und sagt, dass die Leute evakuiert werden sollen und die ganzen Zuschauer, die fliehen, die rennen weg. Und dann ist die Arena leer. Und dann geht die Arena eigentlich richtig los, denn du kannst jetzt die Sage zerstören. Plus, du kannst einfach außerhalb dieser Weltkampfarena gehen und in der gesamten Stadt kämpfen. Also absolut krank, was sie da fabriziert haben. Ein Kritikpunkt, den viele nannten, ist die Kamera. Die Kamera hatte noch einige Probleme. Zum Beispiel, wenn man irgendwie auf dem Boden war und der Gegner war in der Luft, dann konnte man durch den Boden hindurch sehen. Das ist etwas, was viele 3D-Spiele haben. Ich glaube, in Sienowas gab es das teilweise auch. Und es sind noch vier Monate, aber das in dieser Zeit alles zu fixen, ist schon schwer. Deshalb weiß ich nicht, ob wir das Spiel bekommen mit ein paar kleinen Bugs, beziehungsweise mit ein paar kleinen Fehlern, die vielleicht noch in Zukunft verbessert werden können. Globko meinte auch, das Spiel ist wie Tenkaichi, nur fühlt es sich schwerer an. Und was er damit meint ist, dass sich zum einen die ganzen Schläge und so weiter krasser anfühlen und es sich so anfühlt, als wäre man viel stärker. Aber er meinte auch, dass das Gameplay etwas langsamer ist als Budokai Tenkaichi. Das betrifft aber nicht alle Charaktere, denn zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie Bata kämpft. Bata ist so schnell. Das habe ich, glaube ich, in keinem Dragon Ball Spiel so gesehen. Das sieht so aus, als hätte man das Video einfach auf doppelte Geschwindigkeit gemacht. Und das zeigt nochmal, dass viele Charaktere unique sind. Bei Budokai Tenkaichi und Raging Blast war es ja immer so, dass die Grundelemente bei allen Charakteren gleich waren. Also du kannst zum Beispiel Vierge, 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 Dreieck drücken und dann machst du im Grunde die gleiche Kombo wie bei allen Charakteren. Aber es gab dann immer so Elemente, die diesen Charakter speziell gemacht haben. Zum Beispiel waren bestimmte Charaktere schneller, langsamer. Ein Charakter hatte so einen Schutz. Zum Beispiel hat man Broly geschlagen und er hatte so einen Armor. Und das alles wird es hier eben weiterhin geben. Die Charaktere sind im Grunde gleich, aber haben ihre unique Elemente, ihre einzigartigen Elemente. Alles in einem ist es einfach ein Tenkaichi-Nachfolger. Es sieht aus wie ein sehr guter Tenkaichi-Nachfolger. Ist es perfekt? Natürlich nicht. Sie haben erstens noch vier Monate Zeit, um die ganzen Dinge zu fixen. Aber wenn man zum Beispiel auch guckt, Budokai Tenkaichi und dann Budokai Tenkaichi 2. Der Switch war nochmal insane. Und wenn Sparking Zero dann noch einen Nachfolger kriegt, dann wird das alles nochmal krasser. Aber ich bin sehr zufrieden. Es sieht super schön aus. Es gibt natürlich, wie gesagt, paar Dinge, die sie noch fixen müssten. Und Dinge wie zum Beispiel, dass man seine eigenen Cutscenes, dass man seine eigene Story erstellen kann. Das ist einfach nur krank. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Ciao und tschüss. Dachtet ihr etwa, dass das Video schon zu Ende ist? Nicht Saiyan beendet das Video, sondern ich die Video!